Die Rüstung magisch ist doch aus magischem Erz. Was ist das denn für eine Erklärung? Wie macht der nicht mal Sinn? In der Stadt gibt es einen Schmied. Der schmiedet Erzwaffen. Die sind dann auch nicht magisch, nur weil sie aus Erz sind. Jetzt geh mir mit deinen dummen Fragen nicht auf die Nerven. Töte endlich die Drachen.